Wunder gibt es immer wieder. Kennen Sie diesen alten Schlagerschinken noch? Jetzt durfte ich sogar zwei Wunder auf einmal erleben. Zum einen hatte ich einen notorischen Internetverweigerer unter meinen Geschäftsfreunden wundersamerweise dazu gebracht, es doch einmal mit dem Netz zu versuchen. Und prompt stellte sich Wunder Nummer zwei ein. Denn dieser Online-Skeptiker schaffte es, mit einmal sogar 30 Jahre alte Ladenhüter für gutes Geld an den Mann zu bringen. Online. Was das Internet doch so alles möglich macht. Wollen auch Sie das Web dazu einsetzen, Ihr lokales Geschäft kräftig zu beflügeln und Ihre Umsätze zu steigern? Dann lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber, bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Entdecken Sie, wie Sie ohne technische Fachkenntnisse Ihre Webseiten so optimieren, dass Ihnen potenzielle Käufer regelrecht die Bude einrennen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.